Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Ich bin ja derzeit hier in der Nähe von Dresden unterwegs und habe nochmal so ein bisschen diese Woche in der Auszeithütte, darum ging es ja auch im letzten Video, Revue passieren lassen, was das denn jetzt so langfristig noch an Auswirkungen einfach hat, wie ich jetzt einfach noch nachspüren kann, was diese Woche mir gebracht hat. Und am Strich ging es ja darum, dass ich so noch mehr in meine eigene Kraft und Energie komme. Und deshalb möchte ich das heute nochmal so ein bisschen zum Thema machen, um dich und euch auch so ein bisschen dazu ermutigen, euch Zeit für euch selbst zu nehmen, immer mal wieder auch und ja, um auch in die eigene Kraft und Energie zu kommen. Wir sind ja auch in einer wunderschönen Umgebung, wenn man hier so durch die Landschaft spazieren geht, erinnert mich das auch teilweise so ein bisschen ans Allgäu, wo ich ja da war, mal abgesehen, Berge hier sind in der Richtung natürlich nicht, aber rein so ein bisschen von der Energie her, weil wir hier so ziemlich außerhalb einfach sind, wo, ja, ich sag jetzt mal flapsig, Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Und ich merke aber einfach, wie sehr ich doch, wie sich etwas verändert hat, wie sehr ich es tagsüber schaffe, in meiner eigenen Kraft und Energie zu sein. Ich war ja, nachdem ich zurückkam aus der Hütte, drei Tage lang nur zu Hause und diese drei Tage, die waren wirklich total getaktet, gefüllte 24 Stunden, weil da einiges zu arbeiten, vorzubereiten war, weil bis ich jetzt wieder nach Hause komme, ist wieder eine, anderthalb Woche weg. Bin ja hier jetzt auch mit Laptop unterwegs, um davon unterwegs zu arbeiten, aber es ist ja trotzdem dann irgendwie nochmal anders getaktet, als wenn man zu Hause ist. Und ich merke einfach, wie ich mir, ja, mir bewusst erlaube, in der eigenen Energie zu sein, auch loszulassen und noch mehr im Vertrauen angekommen bin, auch bei mir selbst, noch mehr auf mein Herz, auf meine eigenen Bedürfnisse zu lauschen und noch mehr meinem Herzen einfach zu folgen. Und das ist letzten Endes, um es jetzt auch mal abzukürzen, so ein bisschen meine Botschaft, meine Ermutigung an dich, schau, dass du dir immer wieder Auszeiten nimmst, und zwar Auszeiten dahingehend, wo du Zeit wirklich ganz mit dir alleine verbringst. Wenn du einen Hund hast, meine ich damit auch nicht, dass du mit deinem Hund spazieren gehst alleine, sondern wirklich ganz alleine dich mal hinhockst, sei es in der freien Natur oder in deiner Wohnung, die Augen schließt, deinen Körper wahrnimmst und einfach nur mal da bist. Und wenn es nur für fünf oder zehn Minuten täglich sind, das bringt dir so viel, weil mit diesem Augenschließen ist einfach auch eine gewisse Innenschau da. Wenn du die Augen aufmachst, bist du immer mit irgendwas abgelenkt, auch wenn du eine wunderschöne Natur anschaust oder eine wunderschöne Blume, du bist im Außen, du bist abgelenkt. Und wenn du die Augen schließt und dich ganz auf dich selbst konzentrierst, deinen Körper wahrnimmst, deine eigene Energie wahrnimmst, deinen Atemstrom wahrnimmst und sobald die Gedanken abschweifen, immer wieder zurückkommen, zum Beispiel auf den Atemstrom, auf deinen Körper, mal deinen Körper auch, deine Finger mal wahrnimmst, deine Füße, deinen Kopf, deine Schultern, alles mal wahrnimmst, was so selbstverständlich ja immer da ist, wann nehmen wir uns in der Richtung mal selbst wahr und dich auch mal selbst in den Arm nimmst und lieb hast, dich ganz liebevoll mal in der Richtung wahrnimmst, das wird dir ganz, ganz viel helfen, auch auf deinem Weg zu dir selbst, zu deinem Herzen, um auch noch mehr oder erst recht in deine eigene Kraft und Energie zu kommen. Das ist so ein bisschen meine abschließende Botschaft heute, wo ich jetzt so das Bedürfnis hatte, dir mit diesem Video das auch noch mal mit inspirierend auf den Weg zu geben. Das war's auch schon für heute. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, voller Kraft und Energie und sage Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Junggut. Ciao, ciao. Ciao.